Musik Demnächst kommt Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen, auf Nickelodeon. Dieser Schwamm ist bereit für Party. Taucht ein in die Unterwasser-Abenteuer des witzigsten, verrücktesten, allerbesten Schwamms im ganzen Ozean. Spongebob Schwammkopf. Jeden Tag bei Nickelodeon. Dieser Monat wird super. Mit actiongeladenen Folgen deiner Lieblings-Superhelden. Aus Henry Danger, Danger Force und die Thundermans. Lasst euch begeistern von den stärksten, lustigsten und schnellsten Superhelden im Fernsehen. Verpasst nicht den Superhelden-Action-Monat diese Woche Montag bis Freitag um 19 Uhr bei Nickelodeon. Spongebob Ja, 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 ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Timmy hat den Bogen raus, denn Timmy ist nicht dumm.